Kapitel 1 Wraths of the Fall Ihr lieben Leute dort draußen, fernab vor euren flimmernden Mattscheiben, hier ist wieder die Person, die ihr morgens am liebsten im Spiegel sehen würdet, euer bester Freund, Kurandu, und der Kurandu ist auch heute nicht alleine, denn an seiner Seite befindet sich kein gewisserer als... Oh man... Ja, hallo Leute, grüßt euch erst einmal, ich bin's doch, der Ferdi, kennt ihr mich nicht mehr, der Ferdinand? Kennt ihr den noch? Hä, wisst ihr noch? Das wissen die Leute wahrscheinlich nicht, weil die das Minecraft-Left-Play nicht gefuckt haben. Hallo Lady, ja mei, Kurandu. Das ist der Spinnen, den hab ich mal im Flugzeug kennengelernt. Ja, ich sag mal, gut, schau es aus, du. Ja, danke, du nicht, ähm... Was? Auf mich zu beleidigen, du. Was im Gegensatz zu dir gut aussieht, sind die Texturen, oder? Meine Texturen, die sind super, da kannst du ein paar Scheibchen vorab schneiden, so. Nicht deinen Text, du, was ist denn das hier? Modern Talking wieder, oh Gott, hör mir auf damit. Ja klar, die der Böden, Thomas Anders, sind doch die Besten, nöber. Weißt du was, jetzt halt mal deinen Kusch, wir wollen jetzt mal hier anfangen, denn wir benutzen heute auch mal andere Texturen. Es ist heute ganz viel Neues, wir benutzen heute mal... Oder wie nennt man das hier, liest du es mal vor hier. Oh, Bratz, aufsaballen... Du heißt, du heißt die Map, Püppixeln... Ach, komm, Ferdinand, hör doch mal auf. Doch, ich kann das nicht lesen, das sind für mich alles Hieroglyphen, sage mal. Das ist deutsche Schrift, das könntest du lesen. Wir spielen heute Wrath of the Fall. Das ist eine Adventure Map von Hypixel. Und warum macht Kurando auf einem Adventures Map Adventure Maps? Ja, warum macht er das, warum macht er das? Ja, weil er nicht mehr weiter weiß. Ja, weil ich nicht mehr weiter weiß. Das ist gut ausgesagt. Forever Alone, ja, anscheinend. Und place this map on my original lobby. Nein! Danke, Hypixel, aber... Wo sind wir denn hier eigentlich im Knapp, oder was, Jo? Was sind das hier von Oculita? Alles Gitterstäbe, Jo. Ja, doch, die hat doch eine richtige Hosengurke in der Hand, dieser Lord da. Ja, das ist ja eine Sauerei. Wie heißt der Mosman, Jo? Der Mosman. Wo gehen wir rein? Easy, normal, hard, hard, easy, gut. Komm, zack. You're not playing in easy mode. Okay, wir müssen jetzt in den Tutorial Room, mein Freund. Und währenddessen, während ich jetzt hier lang schreite, erzähle ich, warum ich das überhaupt aufnehme mit Ten. Ich habe gedacht, wir machen mal eine neue Kategorie, spielen hier ein paar Adventure-Maps. Adventure, jo. Und diesmal so spontan, weil ich morgen direkt... Oh, warte, da bin ich. Weil ich morgen hier ins Flugzeug steige und das Land verlasse für einige Tage. Ich muss flüchten. Ist halt ab und zu mal so, da muss man... Oh, du verlässt das Land? Ja, ich habe einen gefakten Pass, ich muss raus hier. Wo willst du hin? Nach Malerga oder Tenerysa? Nach Kroatien, ja. Ach, Kroatien. Dummy-Tutorial-Test. So, zack, Bossbein. Das ist auch schön. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Otto? Oh, mach mit Blatt hier. Ferdi, dann kannst du mir nicht mehr helfen? Wo bist du denn? Ich verstecke mich erstmal ein bisschen, ja. Ich will ihn doch nicht alleine bekämpfen. Ich würde sagen, so die... Die Mardarbeit, die Ballet, hey, benimmst du, mein Lieber. Ja, es ist besser. Immer deine Freunde alleine lassen, ne? Ich bin hier ein bisschen zurück, ja, und gebe dir Rückendeckung. Weißt schon, warum ich denn damals den Kopf geschossen habe, mein Freund. Oh, mein Freund, ich bin nicht so frech hier. Warum soll ich denn richtig Rückendeckung hier? Hey, Aua! Soll ich den mit der Faust totschlagen, den Boss ist da unten drin? Hey, Kude. Ah, Kurendu! Mach Platz! Ich hatte einen Platz gewonnen. Jetzt hör mich auf, du Asse. Du hörst ja tatsächlich auf mich. Ich hör... Ah, guck da! Du bist ja richtig gut dressiert. Richtig schöne Oberfläche hier. Quests, Factions und Inventar. Hier haben wir verrottetes Fleisch und ne Scheibe. Kann ich die hören? Mit jemand? Ja, lege ich mal drauf. Wolle, Killer Boss, it will rub a music disc that you need to use on the Jew. Ah, es ist ja richtig gut. Und open the doors. Okay, zack da... Gute Musik, vielleicht ein bisschen die Pudis oder Udo Lindenberg oder so. Ein Dudelsack? Was ist ein Dudelsack? Ein Dudelsack. Na, lass mal Dudel den Sack hier. So, ich hab den Dudel gesagt hier. Hey. Oh, ist das... Oh, bin ich in der Kirche oder was hier? Ganz knall... Oh, da ist er ja. Oh, das ist ja Beerdigungsmusik. Emki, was ist denn das für... Was ist denn das hier? Ach, du meine... Warnung, very strong. Was steht denn hier? Sie kassen Equipment-Fesser. Where will this map? Oh, Gott, is that really close. How is that? Was ist das für eine scheiß Mucke? Weg damit! Also, wenn du nichts dagegen hättest, lese schon mal ein bisschen Murder and Talking rein hier. Gleich. Ich kann das nicht lesen. You may hurt, you may soul. What is that? Elite Monster. Ein Elite Monster? Och, schubst er mich einfach weg. So ein Frechstark, Sio. Wird the Quedlock. Renn du Blitz! Jetzt halt doch mal eine Klappe. Ich will die Quedlocks hier aus der Kiste rippeln. So, was haben wir denn hier? Was ist denn Quests? Quedlock. Wrath of the Fallen. Ich greif's ja nicht hier. Wrath of the Fallen. Wrath of the Fallen. Wrath of the Fallen. Und frack ihn aus. Das sind mir zu viele Quests jetzt für den Anfang. Das können wir uns ja später mal durchlesen, wenn wir Lust haben. Das sind noch mehr, ne? Was ist denn? Also, ist das Gleiche? Nee. Doch, das ist... Doch, brauche ich... Ja. Brauche ich... Geh mal das Gleiche... Das hört sich an, als wenn du besoffen wärst, hier. Meine Güte. Ich will nur ein Quests. Hier kannst du die anderen haben. Fertig aus. Ja, gib mal her dir die ganzen Quests, hier. End of... Das war... Das war jetzt das Tutorial schon? Was? Das wird... Das ging jetzt aber schnell. Egal, komm. Machen wir weiter, ja. Zocken. Did you really really... Ja, hab ich. Was willst du denn... Oh Gott, oh Gott, was geht hier denn los? Captain Eleanor, sag dir... Was blöde denn von mir? Was sagt denn der hier? Und töte sie alle. Oh Gott, oh Gott. Kommt. Mein Freund, wir müssen hier raus. Ich brauche ein Schiff von ihrem Kanonselo. Wo sind wir hier denn gelandet? Oh, das wird hier geballert. Sag mal, sind wir in einem Schiff drin, oder was? Ich glaub ja schon. Oh Gott, ich glaub ja schon. Er hat sich nach Kanonen... Gereiche hier an wie... Knochen, was machen denn Knochen hier? Oh, Feine und Organische und alles, was man braucht. Was das Herz begehrt. Ja, wir sind bei irgendwelchen Piranen gelandet hier. Ich glaub, wir sind im Wohlwurst. Was finden die hier? Guck mal, es gibt es jetzt... Ne, ne, alles nicht. Oh, meinst du Wadervöld, wir können kösten auch. Äh, Wadervöld. Wir sind nur Wadervöld. Was? W-Wadervöld? W-Wadervöld. Warte, Wartburg? Ja, in der Wartburg hier. In der Wartburg, okay. Boah, was ist denn das für geile Scheiße hier? Alles mit dem... W-Wöld. Ich werd verrückt. Ey, was ist denn meine Güte? Das ist tatsächlich ein Schiff. Das zu mir. Tatsache, wir sind halt ein Dampfer. Ich glaub's ja nicht. Hätte ich grad voll Bock drauf auf Kreuzfahrt. Dampfer, also ist es Zibi. Ich glaub, das ist die AIDA. Das ist die AIDA. Eindeutig, das ist die AIDA. Oder quer durch Halle an der Saale. Ne, wahr? Wuuuuh, wir werden gerade bekämpft hier. Ach, du meine Güte. Das ist glaube ich ein gegnerisches Piratenschiff vielleicht? Mitten im Befest, ja. Zieh mir erst mal was an. Ich brauch mal hier, warte, guck mal. Ich hab verzaubert. Einen Lederhanisch. Haltbarkeit. X-Drei-Armung. Ne Güte, ein Lederhanisch. Ran damit. Ran ans Werk hier und ne Hose. Guck mal, ich hab mir doch so ne Teelwurst mitgebracht hier. Eine Lederkappe kommt auf. Ach, das sind wir ne Kappe? Ne Kappe? Lederstiefel hier, zack drauf. Ja, ne Kappe muss da auch aufsetzen, ja. Gib mir mal ein Stück von deiner Teelwurst. Hier hast du ein bisschen Deelwurst. Hier, genau, hier unten. Da, da. Oh, lecker. Oh, die hat aber fantastisch geschmeckt. Da hol ich gleich hier mein glattes Schwert aus der Hose. Aber hallo du. Was ist denn? Du machst mir ja richtig Spaß. Was hab ich euch getan? Warum bekämpft ihr mich? Vor allem, oh, guck mal. Die Jungs da drüben sind nicht gut gelaunt. Das ist doch Sturm auf die Pastiche hier. Ich glaub's ja nicht, ja. Captain Eleonore, er stinkt. Oh mein Gott, Captain Eleonore stinkt. Was machst du nicht? Und er hat Elefantenhände. Das tut mir leid, Captain. Wir müssen ankommen. So, zack. Meine Güte, jo. Was ist denn los? Captain. Captain. Captain, sauch uns doch auf. Sauch uns sowas. Na, warte, ja. Was? Was ist das für eine Sprache? Legen Sie mich nach Auge! Oha, hier ist auch so Captain erschroren. Noch nicht. Er blutet und stinkt. Na, lass uns mal ein bisschen drücken, geh. Ich kann nicht rudern. Kannst du das Schäuble-Schiff? Joa, ich steuer mal. Du steuerst und ich gucke, was wir machen sollen. Joa, ich reiß mal das Ruder rum, joa. Ich versuch das hier. Komm mal hier irgendwas umschalten. Pass auf, joa. Schalten. So geht es. Sollen wir ins Wasser springen, oder was, Captain? Ich hab keine Ahnung. Oh, nicht, dass da kein hier in die Luft fliegt, ja. Rettungsboot, Rettungsboot runter hier. Rettungsboot runter. Selbst die Sterne im Ozean ist das nicht immer ab. Ja, der ist ein Yorkie. Was soll ich denn? Ey, Captain. Ich kotze ja gar nicht im Arsch. Ich bin Kämpfeln. Sag mal, was ich jetzt mache. Hier, Questloch. Was ist das vor allem? Das steht doch alles. Das haben wir doch eben schon gesehen. Das ist das Schiff uns. Okay, Captain. Ist das mein Kämpfeln? Kann ich ihn töten? Ja. Aua. Ja, ich streiche mit meinem Schwert und dem Schenkel entweder an, aber es passiert nichts. Ich konnte das Ruder rumreißen, wie ich will, aber das Schiff, das bewegt sich kein Millimeter. Nur das Ruder bewegt sich. Super. Scheiße. Ich glaube, wir müssen mit Pfeilen schließen. Ja, versuch einmal. Hast du Pfeilen im Bogen da? Oder wie bei Rambo, so Sprengköpfe an der Pfeile. Warte, guck. Ich erreich's. Ich bin bei Rambo 3 hier, mit Sprengköpfen auf den Pfeilen drauf. Ja, aber guck, was ich mache. Oh, super. Oh, das war... Sehr gut. Was ist denn hier los? Das ist wie bei Rambo. Wahnsinn. Ich hab... Jawohl. Noch einen hier. Hinterher. Ich hab keine lange Durchhaltekraft. Warte mal, ne... Du musst ein bisschen besser zielen. Nicht klar. Ah, ich hab einen erwischt. Schau doch noch einen hier. Komm, zack. Bisschen besser muss ich ziehen. So. Ah, ich bessere mich wirklich gerade. Na. So. Den auch noch, oder was? Jawohl. Immer schön mittig, ja. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Jawohl. So müssen sie sein hier. Jetzt rein. Jetzt spann doch mal den Bogen. Das Schiff muss doch jetzt runtergehen. Jetzt langt aber gleich. Der spannt den Bogen nicht. Was ist so ein altes Geisterschiff hier? Ich glaub's ja nicht. Das ist wie bei Fluch der Karibik. Was ist denn das da oben? Was ist das das Flattern der Zäune im Himmel? Zäune? Ja, da hat jemand Jägerzeine aufgespannt hier. Da hat jemand versucht die Mauer wieder neu zu errichten. Die Mauer, ich glaub's ja nicht. So, jetzt haben wir ihn. Komm, zack. Komm, ein. Wer ist denn der Kapitän? Der Henni, oder was? Ich glaub's ja nicht. Der Huck. Der hat sich umbenannt. Der heißt jetzt Huck. Ja, ja, ja. Käpt'n Henni, Käpt'n Huck. Na ja, hört sich ja fast sehr ähnlich an. Ähnlich, sehr ähnlich. Jetzt reicht's aber gleich. Ja, ich, ich krieg den nicht erwischt. Meine Güte. Ich hab so'n schlaffen Bogen hier in den Händen. Den kann ja niemand steif spannen. Mein lieber Schellheder. Warte, 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 warte. Mann, die Anspielung hier wie nebenüberhanden. Ich würd sagen, da ist ein richtig scharfen Bogen. Der macht mich ja sogar ganz heiß hier. So. Warte, du Plätz! Oh ja, ich warte. Komm, wir müssen rüber schwimmen. Ja! Oh! 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 Wir müssen! Wir müssen! Type- Hier! Hier für dich! Oh! Rauch! Rauch! Alter, ich... Dass die Br metabolismen gehen soll. Oh nein! Just gedauelt! Was, guck mich nicht so durch den Zaun an. Ich nehm dir, es scheint angeheuert. Sünder zu sein. Also bitte sei doch eh, Schlimmer, wir werden jetzt geschossen mit diesem Piraten-Abschaum. Ja, ich habe ja, das ist ein Geballer, ich werde doch wahnsinnig. Und was die Zuschauer nicht gesehen haben, ist, dass mein PC bei dem Schwimmen gerade auf die andere Seite bestimmt 15 mal abgeschmiert ist. Habe ich gleich mal die Grafik runtergestellt. Nicht wahr, mein lieber Ferdinand? Ja, so muss es sein. So klappt es auch wieder. Also wenn denn irgendwann mal ein komischer schnitt sein sollte, dann liegt es einfach daran, dass meine Kiste hier das alles nicht darstellen kann und einfach mal abscheißt. Oder vielleicht liegt es daran, dass er dich nicht darstellen kann, lieber Ferdinand. Wie bitte? Wieso, was habe ich denn? Was ist denn? Was ist denn? Du bist Mause. Ja gut, dann fangen wir hier nochmal an und sehen einfach alles nochmal von vorne. Aber ich habe ja alle meine Gegenstände noch. Du bist ja ein toller Hero. Kann ja passieren, ich wollte mich gerade heilen und dann passiert sowas. Lass uns an Land schwimmen. Was ist denn? Ich bin verweifert. Was habe ich denn hier in der Hand, ey? Das wäre echt cool. Auf, da ist er, da ist er. Der hat mich gerade, der hat mich gerade erlebt. Drecksau, du. Alter Schwein, du. Du alte Pimpernelle, du. Mann da, ich mach dich runter hier zum Putsi-Lutz. Weg mit dir. Zack. Ja, das passiert, wenn man schlecht spielt. Ich wollte mich gerade heilen, aber nein, da war der Fall schneller. Ich glaube sein, nicht. So. Auf jeden Fall, jetzt läuft das alles relativ flüssig. Das freut mich. Bus fight Captain Huck. Press button when ready. When ready to go. Aber vorher will ich noch mal gucken, ob ich hier was blündern kann. Dann geht es gleich los. Hier zu dem Captain Huck. Was ist denn das für Schmuggelgut? Sind das denn... Aha. Kürbisse und Melonen. Ach du meine Güte. Hier sind anscheinend ganz schön harte Jungs an Bord. Ja, solche Schiffsgärtner. Ne, war? Also, wer sowas schmuggeln muss, der hat... Verbrauchst dir Kinder den Orden. Ich freue mich schon auf Captain Huck. Mach ich mal gleich schön so einen Melonen-Salat. Bist du bereit? Ja, klar. Ja, jetzt machen wir richtig. Okay, komm. Ich bin noch raus, ja? 3, 2, 1. Komm her, Captain. Lösio. Wo ist er denn? Was? Wo ist denn hier der Boss-Fie? Wer? Ne, 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 ich. Oh, 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 Captain Huck. Pass auf, pass los auf hier. Boah, was ist das für eine Wucke? Oh, 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 oh. Mann, 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 Mann. Jetzt fällt mir doch mal Perdinand. Ja, ich, ich mache ja schön, jo. Wie gesagt, jetzt, 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 jetzt. Ja, sehr lustig, Captain. Na gut, komm, noch mal. Noch mal, hinterher. Noch einmal, jo. Lös, jo. Wir geben nicht auf und vor allem bei dieser epischen Boss-Musik im Hintergrund. Rau, jo, jawoll. Was sagten ihr für Gespenster als Kollegen? Also, Gespenster, jo. Da, schau sie, die Gespenster, jo. Und was trägt der? Meine Güte. Hat der, hat er sein Shirt vor dem Kampf zerfetzt, dass ich er mit freiem Oberkörper gegen nicht habe? Also, Captain Huck. Ich würde sagen, ja. Ich wusste ja gar nicht, dass du von meinem Ufa kommst. Ah, Kopfschuss. Ferdi, hilf mir mal. Ich würde sagen, ja. Ja, ich helf dir. Oh, was ist denn? Ich positioniere dich mal dahin, so, jetzt kannst du besser schießen, jo. Du bist ja draußen geblieben. Naja, was soll ich tun? Du musst draußen, ja. Rückendeckung geben. Ja, tut da. Hier, Captain Huck. Ja, schieß doch mal, bei der Aufjur. Ich drück' ja schon raus. Ich hab' ich das Mausel, das ist feierabend, jo. Mann, dein Kopf ist schlecht texturiert, Captain. Jawohl. Mann, 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 Mann. Du blockstresse. Ja, nicht. Ist denn hier... Irgendwie tut ihm das nichts, ne? Holzschwert. Holzschwert raus. Ja, ist aber ganz schön eisern, doch. Mein Lieber, ehrlich. Sehr hart ne Geschirr. Das ist nicht, was hast du hier? Nicht da zufrieden, jo. Gib mir deinen Disc. Gib mir deinen Dudelsack. Ja, hast du es. Da haben wir seinen Dudelsack. Wir haben den Dudelsack des Captain's und den stecken wir jetzt hier in den Dudelsackkasten. Na, siehste wohl. Wie sich das gehört hier. Schau mal rein. Ferti, und super. Hier ist meine Favorite Music. Und Ferdi. Warst du in deine Aufbeerdung oder was? Das war ein wirklich toller K... Das war ein harter Kampf, wenn wir sich mal sagen. Du bist nur schlimm. Du bist wahrscheinlich da irgendwo wieder im Meer, ne? Ja, ich muss mal gucken hier, was da vielleicht ein paar Arten sind. Alle oder so rumschwimmen, jo. Oh, dann an. Ich... Mal gucken, jo. Ich bring mich um. Nein! Sag mal, bist du... Bist du verrückt geworden, oder was? Meine Güte. So, das war... Das war ein epischer Kampf gegen Captain Hook. Meine Güte, das war wirklich. Herrlich. Was hab ich denn da hinten? Ich glaub's ja nicht. Habe ich den Goldköttel aus dem Darm gezogen, oder was? Oh mein Gott, wir brennen. Wir brennen. Captain Neonore, wir brennen. Ein Goldnugget. Ich bring euch nach Grenoore. Da, wir brennen. Da, wir brennen. Da, wir brennen. Da, wir brennen. Ja, gut, Captain. Der ganze Kahn brennt ab, hier. Hier hab ich noch ein bisschen verrottetes Fleisch für dich, Junge. Kann sich dran wohl nähren. Und Ferdinand, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ja, ich bin hier und nirgendwo. Such mich doch. Na gut. Da geben wir uns jetzt einfach... Noch ne Runde legt. Und dann hoffen wir, dass wir gleich irgendwo in Creonore, oder wie das heißt, ankommen. Hier. Ist das mein Schlafzimmer? Oh, you just... Wer flüstert mit... Wer hat mir das zu... Ferdinand, hast du das? Ach hier, das Spinnenaugen. Weiß doch, ich kann doch kein Englisch hier. Merk ich schon. Giftige Kartoffeln. Wow, au, 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 nicht essen, du. Seid bloß faszischisch. Sind wir jetzt endlich da? Ja, ist häufig doch. Gap. Aha. Wicht. Hören wir den Creonore. Oh, guck mal. Ja, willkommen.